Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator mit dem lieben Randy zusammen, natürlich wieder hier im Multiplayer. Hallo. Tüdelüdelüdelüdel. So, ich habe hier schon eine extrem geile Strecke uns rausgesucht, die wir jetzt mal hier in den Angriff nehmen wollen, und zwar von Echo nach Basel. Ein bisschen Geld haben wir auch wieder gesnackt durch unsere zwei Fahrer und ich würde sagen, wir fahren mal zur Spedition und versuchen bis dahin so viel Unfug wie möglich zu treiben. Nein, natürlich noch Spaß, das ist aber, lol. Ja, ich habe, ich kriege immer geteilte Meinungen, was mein Fahrstil betrifft. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Mein Fahrstil ist so ausgeglichen und normalo-mäßig, dass eigentlich, ja, eigentlich ist mein Fahrstil ja schon lang, schon fast langweilig. Beispielsweise, um das zu unserer Streich, was du gerade sagst, der liebe Omaat1998 schreibt nämlich auch vor fünf Stunden, Ja, ein bisschen blöd von dir, XT. Kannst du dich nicht mal ein bisschen zusammenreißen? Fragezeichen, Doppelpunkt, Klammer, Stu. Aber was soll ich denn, wie meint ihr das, zusammenreißen? Das verstehe ich nicht. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Der liebe G-Rex vor fünf Stunden. Ich sehe es schon kommen, dass du, Tino, zumindest auf gewisse Zeit gebannt wirst. Ach, das halte ich aber für ein Gerücht. Schließlich gibt es ja auch den Videobeweis. Weiß vom Videobeweis. Das wurde er bestimmt auch schon, Herr Fach. Das seht ja nur ihr. Et, Tino, bitte etwas mehr Rücksicht im Straßenverkehr, auch im virtuellen. Du regst dich über andere auf, fährst aber auch wie ein Verrückter und verursacht Unfälle, vielleicht Schäden, die nicht notwendig sind. Zwei Likes. Das, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Erstens, ich fahre nicht wie ein Verrückter. Das ist eine zügige, zeitsparende Fahrweise, die auch durchaus spritsparend ist, ganz allein aus dem Grund, da ich nicht ständig Gas geben muss und bremsen. Was denn? Ich muss nicht ständig neu anfahren, ich muss nicht ständig bremsen und so weiter. Das muss man ganz klar sagen. Ich bremse einfach, versuche einfach so wenig wie möglich zu bremsen. Dadurch bleibt der LKW immer im Rollen, ich muss weniger Gas geben und Summa Summaru bedeutet dies natürlich enorm Kostenersparnis. Ich wünschte, meine Angestellten würden alle so fahren. Naja, egal. So, das ist aber nur erstens. Was war, warte, warte, Moment. Was hat noch geschrieben? Ach so, mit dem Videobeweis das, ne? So, der erste Teil, der zweite Teil. Genau, und das mit dem Videobeweis geht auch, das geht schon mal gar nicht, weil ja nur du das siehst. Das siehst ja, also nur du da gerade am Bildschirm, nur du siehst das ja. Wie soll das gehen? Das ist ja kein Videobeweis dann, wenn du das siehst. Ne? Merk dir was? Das geht gar nicht. Äh, hier ist noch ein schöner Kommen. So, und dann, warte, da war eben noch was, auf das würde ich gerne eingehen. Aber ich weiß nicht mehr was, muss man auch vorlesen. Du fährst wie ein Verrückter und vorursachst Unfälle Schäden, die nicht notwendig sind. Jeder Unfall besitzt auch eine bestimmte Notwendigkeit. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Fakt ist eins, diese Unfälle, die durch andere stets und ständig verursacht werden, die mit meiner zügigen Fahrweise relativ schlecht zur Rande kommen, weil es entweder sehr unerfahrene Spieler sind, oder, ähm, sag ich mal, ja, einfach, weil sie einfach so mit einem LKW einfach nicht umgehen können, oder so, dann ist natürlich klar, dann entstehen Unfälle, die müssen nicht sein, allerdings, äh, meistens bin ich ja eben der Leidtragende daran, ja. Das ist halt das Problem an der Sache. Aber okay, ich bin den Leuten jetzt nicht übel sauer, es ist ein Spiel, und ich sehe das auch als solches, und, äh, ich denke, da kann man einfach auch ein bisschen, warte mal, lol, sehe ich das gerade richtig? Höh! Und jetzt soll man noch einer sagen, meine Fahrweise wäre, der kam gerade, ey, so ne Scheiß, ne dreispurige, also ne vierspurige, zwei Spuren in jede Richtung, ne, zwischen uns, eine Betonbarriere, und ich denke so, ich überhole doch gerade ein blauer Punkt, aber hier ist keiner, ich gehe in die Außenansicht, der überholt mich auf der anderen Seite, im Gegenverkehr, und da soll jetzt einer sagen, ich würde, hier steht einer mitten auf dem Dings, wie geht denn das an, ach, der will, ach, ich weiß, was der macht, der lenkt um, der musste bestimmt wiegen fahren, ist dran vorbeigefahren, und lenkt jetzt einfach mitten auf der Autobahn um, und fährt zurück, ja, aber ich fahr rücksichtslos, hm, ja, hm, auch Highlight-Kommentar, ja, sprüfft, 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 der liebe Hendrik schreibt, und mal bitte, du piep, denn, ja, warte mal, warte mal, du musst ein bisschen lauterer, ich weiß nicht, warum du so leise bist, was, leise? du bist echt leise, äh, das ist nur das, was wir halten, moment, ich weiß warum, so, so, ihr den Renni auch schon hört, so hier, Tankstelle, da wamsen wir uns gleich mal rein, haut uns mal den Diesel ins Fass, was rechts unten hängt, und dann, hola, und dann wären wir hier, weiter on the road und so, 580 Meinen haben wir ja noch, Alter, ich bin da über King, was hier, die Straßen, betrifft in Amerika, ja, ja, okay, der lieb, warte mal, ich muss noch was ganz kurz schauen, warte, ich stand gerade, ich muss kurz schauen, ob mein, äh, Volume Lock an ist, hab ich vergessen, so, jo, warte mal, ich muss noch kurz was schauen, eigentlich, so, okay, alles klar, jetzt, der liebe Hendrik schreit, Hendrik, 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 Hams drauf, wenn er schreibt, holt ihr mal bitte, Wubi-Fan als Altgast, hat sich dann noch mal korrigiert, Hubi-Fan das Altgast, 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 als Altgast, soll man uns hier eine zuziehen, oder was, beim ATS, jeder hier, die Bulle, die Bulle, Femmi am Start, oder was, und schöne Eilen, gezwitschert, sag mal Leute, ey, wir sind hier am Fernsehen, das können wir nicht machen, die Sendung läuft Nachmittag, sind ja hier nicht RTL 2, Sehen keinen Hartz IV TV, Altgast, also ich glaube, ich pack's nicht, aus dem, weil wollt ihr wissen, dass Hubi-Fan-Solfe, ich weiß die Gerüchte, aber trotzdem, ihr habt keine Beweise, na okay, egal, ja, hat auf jeden Fall noch mal auskorrigiert, aber richtig am Anfang, Altgast, als wird mir jede Folge gespritten, ey alter, was geht denn ab, ja, na, schön, ach ja, ich hab mich schon überlegt, so Tutorials über Drogentests zu machen, so live, weißt du, äh, Auswirkungen von Christel, auswirkungen von Kokain, dann so mal schön in eine Hero-Spritze gesetzt, Nachmittag 14 Uhr, bisschen Crack geraucht, und mal die Flasche Leimler geschnüffelt, ne egal, YouTube wird's freuen, ach, ist nur Spaß, Leute, ne, wir übertreiben manchmal ein bisschen, aber, naja, ihr wisst ja, wie's gemeint ist, machen wir uns ja eigentlich nur lustig, und wir beißen nicht, so, aber nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft der Rotz, was gibt's noch, du hast doch nicht etwa einen Kommentar, die kommentiert werden müssen, kommentiert werden müssen, kommentare, die eine Kommentierung, äh, benötigen, ach, das waren wir jetzt immer, Leute, ihr ballert die Kommentare drunter, und dann, äh, werten wir die aus, das ist geil, das ist geil, ob es meine Brille komplett schief, was ist das für ein Scheiß, ich hab schon schiefen Kopf gekriegt, wie man sagt, oder was, weil die sitzt gerade, hä, okay, das muss ich gleich nochmal überprüfen, aber erst mal, ich muss hier noch ein paar Meilen runterreißen, so, Blinker reingehauen, schön ausgeholt, schon wieder Gas gegeben, und zack, da rollt der, geschmeidig um die Kurve, Junge, da wird dir Himmel Angst, komisch elektronisch, so, ja, gibt's ja was, ne, äh, ne, ich guck gerade immer so, bei dir jetzt im Allgemeinen, hierzudurch, was es da alles gibt, übrigens alkoholfreies Radler, ne, nicht, dass er denkt hier, wegen dem Altgast vorn, und da hast du mal die Bulle angesetzt, ist kein Scheiß, hast du wohl, na, gut, erwärmung nicht mal, Radler alkoholfrei, was für Hasentöter, ne, ich möchte noch was sagen, es ist, 21 Uhr, 21, wo wir das aufnehmen, auch wenn ihr es nachmittag seht, ne, 21 Uhr, 21 Uhr, nach einem harten Arbeitstag, dort mal, wo man alkoholfreies Radler saufen können, ne, also nicht für ein Hasentöter, na, außerdem rauche ich nicht mehr, ich brauche eine Ersatzdroge, das ist eben Zitronnenliminade, mit alkoholfreiem Bier, so, ne, Spaß, ja, aber ich trinke ganz gerne mal, so ein kleines, so 033er, alkoholfreies Radler, mir schmeckt das, ich trinke es gerne mal, ist besser wie immer das Wasser hier, aber, das werde ich jetzt auch noch trinken, ja, weil ich nämlich echt Durst habe, irgendwie, oh, bitte, bitte liebe Schranken, bleibt zu, sie blinken, sie sind offen, da kommt mir einer entgegen, auf jeden Fall, du erinnerst dich noch an die, an die Folge, wo ich auf Twitch unterwegs war, bei der netten Dame, mit den dicken Huben, richtig, dann in den Kommentaren, von Affengesicht1, wie hieß, die Streamerin würde mir das gerne mal anschauen, da wurde der Name geschrieben, oh, vielen Dank, fapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapfapf viele fahrer in einer folge die halt einfach so ein bisschen fehler machen wir nehmen das sich übel wir schimpfen zwar von super aber wir nehmen sie grundsätzlich eigentlich nicht übel deswegen reporten auch keinen und ja na gut ein habe ich schon mal reportet ich gebe es zu einen habe ich reportet aber es war echt das war kacken dreist das war kacken dreist und man darf in amerika rechts überholen so das wurde nämlich auch in die kommentare geschrieben und wo ich rechts überholen wollte es hat er einfach ist einfach rübergezogen also theoretisch hätte ich das gedorfen so wollte ich noch mal sagen jawohl jawohl ja gut gut wenn sich noch mal über meine einpack skills lustig gemacht wird da manchmal ist das gar nicht so einfach wenn ich einer 500 ps packt jetzt hier nicht den 18 gang mal da rein zu hauen was ist denn nur los da habe ich schon extra eine ladung mit 15,5 15,5 das sind sieben halb tonnen acht tonnen das gar nichts also es war nicht um nico die schrie mir in den richtigen nico 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 klingt immer so wie irgend so ein fukuhila schnitt und jogging anzug nico 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 alias bester einkaufen ja aber wir lachen das mal dies da noch warum keine ahnung das muss ich ihn fragen aber auch hier steckdosen zocker steckdosen ganz ehrlich fragezeichen ich würde dich auch reporten erregt euch warum ihr es ich habe damit ja gar nichts zu tun ich habe meinen eigenen stil mich aufzuregen du beleidigst osteuropäische mitbürger wahnsinn oder ja und rasierst du die haare ab du fasche junge du bist ein fasche das kannst du keinem mehr verheimlichen mit ddr-wappen hinten auf der stern fasche ihr regt euch auf und überholt auf den standstreifen großgegeben und dann regst du dich auf dass er rüber zieht er wollte dich vorbeilassen dann überholst du rechts ich meine ist es dein ernst ist es dein ernst du riechst dich auf er ist auch selber kein stück besser tut mir leid da fehlt mir das verständnis du verstehst das nicht oder verstehst das einfach nicht ich kenne das nicht vom täckeln dass man links antäuscht und rechts vorbei geht ein guter tackling guter täckel ne da täuscht kurz an und geht auf der anderen seite vorbei und so wollte ich das eben auch machen so das einfach rüber scharfe kurve müssen wir mal gucken hier können wir nicht mit 80 durch ballern ach ja na ja mein gott mensch das ist ein spiel selber spaß machen nicht wir haben ja kein ernsthaft verletzt noch keiner vom computer stuhl gefallen schwer verletzt das wärs noch so noch keiner durch monitor geflogen vom frontalzusammenstoß und ich bin auf meiner fahrschissen in seite gefahren und dieser wichser fährt mir in die seite rein auf der kerzengeraden strecke auf meiner seite und da ist mir in die seite reingefahren so ja ich fahr wie ein rüpel es bringt hier nichts ordentlich zu fahren so das habe ich schon mal gelesen das ist gemein aber lustig zugleich plus mit lustig peters tut also da sollte man jetzt nicht drüber lachen aber nein nein über den tod anderer menschen lacht man natürlich nicht peter hat uns ja in unserer jugend immerhin bekleidet ne also mich zumindest die haben die immer gemacht die tele tabis ich weiß das gar nicht es war mir also das war mir sogar als kind zu holen ja du hast du jetzt auch eine kleine die zeit wird ja irgendwann auch aber nicht mit tele tabis höchstens mit irgendwelchen computerspielen wo sie mit der pump kann tele tabis abschießen kann ja nein 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 ach nee jetzt hier mit 15 monaten da muss man hier kein fernseh fratzen die ganze zeit nehmen das muss nicht so ich überlege wie viele folgen ich auf mir weil ich weiß nicht wann es mit dem podcast weitergeht man mal wieder zeit ist halt und so podcasts klingt ja jetzt wird zu einem rauchen weisse so was da gab es wie hieß das spiel damals portform ja doch das hat gesehen das habe ich sogar gesehen ja wo du wieder anbauen muss ist und so genau genau ja wenn die der mitglieder da online mitglieder kann man mal machen sollte man aber nicht nicht machen das wird teuer war das wenn es nicht erwischen wird es teuer ja ich weiß nicht freiheit ist durch nichts zu bezahlen oder mit keinem geld aufzuwiegen und ich weiß nicht ob es das wert ist ich glaube nicht wo man sich darüber streiten kann ab sein muss welche strafen aber ist halt auch um ansicht so ja gut wenn jetzt ein bisschen mieter am start hast du auch nicht gleich in knast also das ist richtig wenn du jetzt nicht der eigenkonsum ja sowieso nicht glaube ich da fährt auf meiner da fährt dieses hässliche kind einer das hässliche kind einer reutigen also ich sag das wort jetzt nicht kam wieder zwei spurige autobahnen jede seite zwei spuren damit den scheiß betonstreifen ich fahr auf die autobahn drauf mir kommt auf meiner spur diesmal einer entgegen solo geister fahrer ja und ich fahr naja manchmal drüber geredet das ist nur nein 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 sage ich dazu und habe ich den reporte habe ich nicht weil ich zu langsam war und er zu schnell ohne scheiß also die 500 ps die merks sind nicht also von 455 auf 500 ist ganz schön lächerlich finde ich das findet sich das ding hier die butter vom brot zart gut 80 meilen wir fahren 160 ne ich glaube das verkennt man leicht neben mir von 160 körper habe ich glaube ich müsste es wirklich mal auf kmh umstellen die display anzeige meinst du welche display anzeige denn die display zuerst gerade 80 meilen 85 meilen durch las vegas durch las vegas sind aber nicht 160 km h wie viel sind das 85 meilen pro stunde entgegen 136 kann man sieben pro stunde google ich finde ich kassel gar nicht schwachsinn 60 meilen sind 100 km h ungefähr ja stimmt ja 120 meilen werden nee 80 ja stimmt 136 fahr ich okay naja ist ja gar nicht so schnell so wenn du wirst noch auf u1 wirst du doch bei 68 mh ausgebremst das sind 109 mh ja ja stimmt ich habe mich mal ein bisschen in der außenperspektive zu fahren ganz einfach weil der ekw so geil ist aber du kannst ja ich hatte es ja solo auch schon mal geschafft 100 meilen zu fahren das sind dann 100 mh ja doch fast recht also google lügt nicht ne stimmt schon so warte mal ich überlege 92 meilen noch kommen dann fahren wir den auftrag fertig scheiß doch die wandern ne also ich halt was ich halt mit dem stand so schade finde wenn es denn so der fall ist die haben dort wie wir matthia so schon lange strecken die nur geradeaus gehen ja ja aber alles begrenzt auf 60 meilen richtig ja das ist normal da stehen die highway patrol die cops von der highway patrol die stehen dann also wenn du da hier keine ahnung mit 300 angeflogen kommst hast du gute chancen weil die holen die nicht auf aber wie gesagt die stehen da überall und mit ihrer laser pistole ja das ist die nicht aufholen wesentlich nicht mal weil die highway patrol dinger die wir haben das sind ja die haben erschienen ja sind ja so deutsch challenger das ist schon krass was sie da hinstellen ja 5,7 liter und so die fahren ja nur das die fahren ja nur das hohe hubraum so hat sich auch noch ein gestoppt bei steam oder angeschrieben ganz ganz besonders schön so 60 meilen haben wir noch ich denke das geht man auf jeden fall hin mal gucken wie viel punkt aber kriegen wir mit nur 40 erfahrungspunkte kriegen für seinen parken dann lassen wir es aber so wie es aussieht wenn nichts gravierendes passiert wenn man es mal ausgezeichnet die absolvieren diese acht oder neunhundert meilen die wir jetzt gefahren sind oder wie wir waren sie 700 ich weiß gar nicht genau wir waren es jetzt insgesamt steht das hier der abbrechung steht das so das ist aber erstmal hier das ding noch durchziehen die letzten meter alter hat es bei euch auch so geschneid bei uns war innerhalb von einer stunde war die straße komplett weiß war nichts mehr wir sind ja hier zum kollege gefahren der was schon vor erzählt haben und da wohnt so ein bisschen im oberland gar nicht mehr gar nichts da war alles zu da lagen gute 20 zentimeter schnee das hat irgendwann ich weiß gar nicht jetzt können also zu dem zeitpunkt ist aufnehmen also montag früh hat es angefangen was montag früh bei uns das nametag dort haben wir noch mal an schon mal gedachten wir hatten zu wenig schnee steht noch mal kurz das stück mal ist mit einer runde die bobs schön schnee schicken können so und dann schauen wir noch mal hier also ich nicht schüttel als team 90 erfahrungspunkte die müssen wir mitnehmen scheiße wieder dieser heutige auftrag nicht der heutige auftrag auch da hinten hinten in der ecke ja bei rail export ja das ist ähm hast du einen langtrailer? ne der mag das ja noch schleifen weil das gibt es auch wenn du so einen langtrailer hast das ist ein kotzen das ist gerade mal sähe hier so schöne videos hier hat er noch ein video hochgeladen 85 meilen ne? letzte highway in amerika was und? äh ich schreibe den schnellster highway in amerika das ist ja auf englisch 85 meilen also 137 nebenbei wird ein video vorgeschlagen driving on the fast german autobahn drive 100 hehehe hehehe Deutschland ist ja mit einer der wenigen länder die das überhaupt noch haben das scheint der höchste profi zu sein oder? ne ist er nicht gut ist er doch da ist er das ist halt auch mit dieser langen Kache ist halt auch extrem schwierig ne? so komm schon baby hier kurz rum da hat ja wenigstens nur eine kurze Schnauze bei mir da vorne aber ist hier mit meiner riesenlangen Schnauze da? das ist doch behindert um so eine Ecke rum zu kommen so 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 so